Moin, das ist eine Autotür. Das ist das Fenster. Kann man runterfahren, kann man hochfahren. Was passiert eigentlich, wenn man da den Finger zwischen hält und die Scheibe fährt hoch? Das wollte ich schon immer mal wissen. Wir testen das mal mit einem Apfel. So, der Apfel klemmt jetzt da oben zwischen. Wird er durchgeschnitten oder nicht? Ich sag ja. Nächstes Testobjekt. Hoch. Nein, wird er nicht. Er fällt runter. Nochmal. Apfel holen. Und das ist ein weicher Apfel. Achtung. Er wird nicht durchgeschnitten. Was passiert mit so einer Plastikflasche? Da muss ich mal ein bisschen... Noch einen Hauch höher. So, jetzt. Ich halte sie mal fest. Sie wurde zwar angeknackt, aber die Scheibe fährt sofort wieder runter. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Schon nicht milkerフilm. Ja. life is so. Das ist mal sinnvoll.